Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Harry Potter Wizard. Ja Leute, wie ihr wisst, haben wir da ja wohl auch nochmal was für uns vor. Ich habe angekündigt, dass wir 100%ig eigentlich eine Doppelfolle machen. Das wird sehr wahrscheinlich auch kommen heute. Ich kann aber noch nichts versprechen, weil ich nicht weiß, wie die Zeiten sind, wie die Zeiten aufgebaut sind. Ja Leute, wir haben jetzt schon zwei Videos draußen wieder und das dritte Video von Harry Potter Wizard United kommt jetzt auch wieder für euch am Schlüssel. Ja, wir gehen was essen. Ich muss nichts essen, aber wir haben wieder ein neues Geschenk erhalten. Ja, jetzt gehen wir mal da hin, ob das mehr was bringt, wenn wir beide Sachen machen. Ich finde es schade, dass man immer so wie so vier Minuten, also fast so, also eigentlich fünf Minuten warten muss. Aber wir werden jetzt natürlich auch nochmal zwei, drei Spiele machen für euch. Und ja, da ist schon wieder ein paar Sachen dran. Ich habe zu viel auf die Türen, die alles schon gemacht hat, ist sehr gut. Und ich hoffe, dass wir das auch irgendwie auf irgendeine Art gewinnen können. So, wir sind ja wieder hinter dem Schrank. So, wir haben den jungen Ron Wheatley bei uns jetzt. Den haben wir schon mal geschafft. Dann machen wir jetzt mal ein paar andere noch. So, ich glaube, warum auch nicht. Nein, wir haben das... Oh, das war nur brauchbar. Das habe ich gerade mal gemerkt. Für mich war das eigentlich noch nie verbrauchbar. Also ehrlich gesagt. Naja, das Wizard wird doch immer bei uns... Ich war mal ein bisschen lauter. Auf dem Höhepunkt sein, weil... Ich meine, bestätigen wir das doch direkt auch. Und ja, gehen wir erst mal direkt da drauf. Um das nächste Spiel zu kriegen. Was wir hier so vorhaben. Das war nur brauchbar. Für mich war das schon nicht mehr brauchbar. So, eben. Naja. Ich habe das nicht das Buch. Ob das nicht, weiß ich auch nicht. Das Buch, das Buch. Man kann nämlich auch direkt auch wissen, Rang 3 aufgestiegen. Bei dem Buch. Vielleicht bin ich ein paar Sachen bekommen. Wir sind Rang 6 befördert worden. Noch schöner geht es doch nicht. Später. Wir wollen die App bezahlen. Deine Arbeit für uns war wirklich spektakulär. Du besitzt eine seltene Kombination aus Entschlossenheit und Können. Und ich habe die Freigabe bekommen, dir eine Spezialausbildung anzubieten. Sehr schön. Warum auch nicht? Ich meine... Warte mal, das trägt man mit hier. Wir haben eine Freigabe bekommen dafür. Das ist jetzt endlich weg. Ich will die Schnecken im Ohr lassen. Damit wir endlich mal wieder Ruhe haben. Genau. So, die Schnecke jetzt weg. Das ist auch schon mal gut. Ja, das habe ich euch gerade nicht geredet. Ich muss mich hier auch nicht geredet haben. Ich muss mich hier auch mit dem Mikrozentrieren. Ah, das ist nicht gut. So braucht das. Ich muss mich hier auch nicht geredet haben. Ich muss mich hier. So, ich muss mich hier auch nicht geredet haben. So. So. Oh, du bist ja so. So. Hm, wir haben die einmal gesehen, aber glaube ich, dass sie es geschafft, ne? Naja. Noch mal hören, wenn ich jetzt... So kann das gehen. So, bei der das Video musste ich einmal kurz stoppen. So, jetzt muss ich da eigentlich noch mal. Ja, Leute, ich würde sagen, das war es auch schon wieder mit dem kleinen, aber feinen Video. Lasst doch eine kleine Bewertung da, heute werden sehr wahrscheinlich noch Doppelfolgen kommen von allen dreien. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, ich bin raus. Und tschüss, ich freue mich auf eine schöne, tolle Bewertung von euch und lasst einen Daumen nach oben. Tschüss.